Guten Abend, Herr Inspektor. Boris Weininger. Sie werden sich sicher noch an mich erinnern. Was wollen Sie denn da? Ist Sarah zu Hause? Hallo. 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 Ich hab's nicht länger dort ausgehalten. Oh. Aha. Darf ich reinkommen? Was, jetzt? Ich weiß nicht. Gehen wir essen? Bitte, bitte tun Sie uns das nicht an. Grüß Sie. Nur sieben Minuten zu spät. Ich weiß, das darf eigentlich nicht vorkommen, aber Sie haben keine Ahnung, was bei uns heute alles los ist. Wo dürfen wir es hinstellen? Was? Äh, da. Oh. Geh mal, geh mal. Das ist ja ein Wahnsinn, Wustl. Und das alles sollen wir zwei essen. Was übrig bleibt, gehen wir in den Eisschrank. Äh, wenn ich dann gleich kassieren dürfte, wem darf ich die Rechnung geben? Äh, ich mach das schon. Hm. 223 Euro. Ja, ja. Als, äh, reine Entschädigung dafür, dass ich hier so unangemeldet hereinplatze. So, vielen lieben Dank, Herr. Schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend.